Moin zusammen! Sorry, das letzte Video. Ich war total lost in the source und der letzte Durchgang hat auch so lange gedauert, weil der Geist so weg war. Hier ist jetzt ein neues Video. Wenn wir das jetzt schaffen, sind die beiden fertig. Könnte ruckzuck gehen, könnte ewig dauern. Ja, da sind wir schon. Es war ganz fiese, ne? Hier auf dieser Map hat eben oben links, hast du dann diesen Scheinwerfer dabei, Kamera gehabt. Dann habe ich extra nochmal im Keller runtergeschaltet. Nichts zu sehen gewesen. Das war immer hier oben. Okay, dann ist das ja ein komischer Bug gewesen. Der Hammer war sowieso vorhin der Diochen, der mich durch die Kellertreppenwand da gekillt hatte. Also ich dachte, ich spinne, ey. Ich war schon da oben, der ist an der Treppe gespawnt oder im Keller sogar. Und der killt mich da durch die Wand, weil ich dann an der Wand lang gelaufen bin. Mit so Etagen habe das Spiel so ein paar Bugs. Was aber auf Sunny Meadows hier gut funktioniert, sind die Benchies. Die funktionieren auch etagenübergreifend, dass die zu einem Gelatsch kommen. So ein Stalker wäre jetzt natürlich auch praktisch. Wir haben ja ein Kruzifix unter uns liegen. Dann wüssten wir das auch sehr schnell. Wir müssen dann nur sicher gehen, dass das nicht sein Raum hier vorne ist. Das wäre auch cool. So ein Benchy oder ein Waze oder sowas. Okay, so, es sind alle da. Ja, ja, ja. Wir bereiten alles vor. So, dann wollen wir mal gucken. Okay, 3, 2, 1, Zugriff! Ja, 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 ja. Der ist schon wieder am Arsch der Welt wahrscheinlich. Hm. Super, der hängt mal wieder irgendwo am Arsch der Welt rum, wie es scheint. Ich platziere mal kurz hier für die Stalker nur die Items. Weil wenn er jetzt hier auf einmal hier vorne ist, dann ist es auf jeden Fall ein Stalker. Ah, da, 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 da Okay, ist vorbei. Ich glaub, der ist links eher, weil ich hab da grad was fallen hören. Ja, ihr könnt die Sachen so nach und nach ein bisschen nach vorne bewegen, die Leuchtsachen. Passt mit links recht. Okay, eine Kamera steht schon mal da. Stalky glaub ich nicht, der wär schon zu uns gekommen. Okay, da hantet er wieder. Okay, wir warten den Hand jetzt kurz ab. Und dann hocke ich mich in die Kapelle. Okay, ist vorbei. Ich werd mich jetzt mal in die Kapelle hocken und mal gucken, ob ich da was hören kann. Wenn der jetzt hier drinnen ein Event startet, bin ich eher am Arsch. Aber in den Kerzen war er glaub ich nicht, also ist er wahrscheinlich ein bisschen weit hinten. Aber ich hab auf jeden Fall auf der linken Seite etwas gehört, als ich grade da am Anfang war. Aber ihr habt's ja wahrscheinlich auch gehört. Donner, Ruhe, ich höre doch nichts. Ich glaub generell nicht so weit weg von der Dingens, von der Kapelle. Ja, die Kerzen hier sind aber noch alle an. Die Kerzen hier sind alle an in der Kapelle noch, also so nah ist er glaub ich nicht, sonst hätte er die ausgemacht. Wie landet der eigentlich? Ich höre gar nichts, der ist wahrscheinlich sehr weit hinten. Ich höre gar nichts, der ist wahrscheinlich sehr weit hinten. Also ich hab kaum was gehört. Also ich höre da kaum etwas, ey, der ist wahrscheinlich sehr weit hinten. Und der hat jetzt. Und der hat jetzt mal. Da ist auch nichts, ne? Nein. Da ist auch nichts, ne? Oh, was war das denn gerade? Ähm, Gigi, bist du im Truck? Ich stell die Kamera jetzt mal weiter hinten hin. Ich könnte aber drauf gehen. Schön, ich muss B drücken. Ich hab doch Kaffee-Geduld. Jetzt drücke ich drauf. Äh, da hinten ist Ende. Der geht gar nicht weiter, der Ring. Der geht gar nicht weiter. Oh fuck, ich hab den gerade links gehört. Ich wär fast in den reingelaufen, ey. Ich guck nochmal auf die Kamera. Eine Kamera ist links platziert. Sagt mal Bescheid, wenn er hantet. Shit. Shit. Ich hab den Kamp. Lauf, 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 lauf. Man tut sich eben Millimeter für Millimeter vorarbeiten. Der könnte auch im Garten sein, aber im Garten ist eine feste Kamera, da brauch ich nicht hinlaufen. Puh. Oh mein Gott. Läuft der Hand noch? Muh.. Ahem. Könnt ihr was sehen auf den Kameras? Ich werde mir da jetzt gleich mal ein paar Leuchtsachen rüberpacken, damit ich da was sehen kann. Ach ja, im Garten die Kamera, die ist fest vom Gebäude. Da kann man immer drauf schauen. Man muss sich hier wirklich Millimeter für Millimeter vorarbeiten. Was ist denn mein Smudge hier? Aber es ist ja definitiv kein Deochen, das ist schon mal klar. Ist die vor der Tür auf? Die habe ich eben wieder aufgemacht. Okay, dann hören wir es ja, wenn sie zufällt. Ich traue mich jetzt gerade nicht da rein, ich würde ja gerne den Sensor weiter nach hinten packen, um zu gucken, ob er da hinten läuft. Ja, warten bis zur nächsten Hand. Das komische ist hinten, auf der linken Seite hinten war so ein Regal da auf einmal, das heißt man kommt gar nicht in die Küche. Hier. Hm. Okay, jetzt. Er kommt. Meine ich das oder war sie auf einmal ziemlich schnell gewesen? Bei den Dots? Also der kam nicht von dem Flügel, das ganze Ding. Aber, meine ich, ich wollte da auch nicht. Meine ich das nur oder ist sie schneller geworden in der Nähe der Dots und hat sie die schon von weit hinten flackern lassen? Das weiß ich nicht. Ich glaube sie war auch schneller als normal, das war glaube ich ein Ticken schneller als normales 150. Ich fand sie langsam. Ich guck mal eben wegen Hand. Ich hab sie gerade eben gesmutscht, deshalb dauert das wahrscheinlich schon jetzt ein bisschen. Okay. Ich hab vergessen auf die Zeit zu achten. Ich mach mal die Tür wieder auf. Okay, das haben wir ja alles. Was? Also denkst du es ist kein Oni oder Phantom? War die lange sichtbar? Sie hat auch nicht die Form geändert, oder? Genau. Sie hat doch Wasser angemacht. Nee. Ich hab auch die Tür wieder aufgemacht. Man sieht aber auch kaum was da hinten. Oh, ist sehr gut. Vielleicht war sie aber auch so mega schnell, weil die uns über diese lange Distanz gesehen hat und voll beschleunigt hat. Das kann auch sein. Wirklich, ja. Hast du den Sensor ausschlagen sehen, als die Dots geflackert haben? Nein. Ich hab jetzt den einen weiter nach hinten getan. Da müssen wir mal nachher darauf achten, ob das schon vorher anfängt zu flackern, weil dann... Ich weiß nicht, obwohl... Keine Ahnung, Raichu wäre ja noch schneller gewesen. Ähm... Raichu glaube ich nicht. Los. 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 Da hinten läuft auch Wasser an der Stelle, also der Raum ist nicht weit weg. Also, sie könnte vielleicht in der Küche sein oder so. Die flackern instant. Da ist sie ja schon. Boah, da war sie ja schon. Boah, ich dachte, wir sind jetzt tot, ey. Und wir haben beide auch rechtzeitig gesmatscht. Ja, ich habe sie hier vorne einmal schon gesmatscht. Da war schon lange sichtbar. Und da war ja alles schnell. Und da kam wieder von dem Garten ganz hin. Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, vielleicht eventuell könnte es ein Reitschuh sein, weil wenn sie in der Küche wirklich spawnt, dann hat sie ja schon beim Spawnen mit den Dots Interference gemacht, was eine sehr weite Range ist. Aber sie hat auch beschleunigt, als sie uns gesehen hat. Sie ist schneller geworden. Ah, das ist schwierig. Das könnte wieder so etwas Bescheuertes wie Gin oder so sein. Ich kann höchstens noch versuchen, irgendwie da in die Nähe zu gehen und mal zu horchen, ob ich irgendwas Besonderes hören kann, wie zum Beispiel eine Yoga-Fähigkeit oder so, oder Twinter Actions oder so. Falls ich draufgehe, macht einfach irgendwie sowas wie Spirit oder was weiß ich oder Gin oder so. Irgendwas mit, was beschleunigt nochmal. Okay. Ich weiß auch nicht so lange, er war schon lange sichtbar, aber er ging auch schnell wieder weg. Ich weiß nicht, er schlackerte so, ne? Aber, er war schnell. Ich glaube nicht, dass sie ein Phantom ist, dann wäre sie schon irgendwann mal auf uns gespawnt wahrscheinlich. Ich glaube, sie war ein normales Flackern. Ich glaube nicht, auch nicht. Phantom glaube ich, in den Uni auch nicht. Das wäre ja verdauern sichtbar gewesen. Also, kann Haiju, kann Morhoi, kann Zai? Ja. Kein Hantu, kein Meiling. Und ich glaube auch keiner von den Stalkern, definitiv kein UF. Uni denke ich mal auch nicht, weil ihr sagt, sie war immer, sie war jetzt nicht lange sichtbar, ne? War nicht lange sichtbar, hatte normale Geschwindigkeit, also für die 150 normale Geschwindigkeit. Ich glaube auch nicht, dass das nicht winnen ist. Er hat seine Form gewechselt. Hat er die Form gewechselt? Ja, das war jetzt dieser Punkt. Oh gut, ein Glück, dass das mit Big Brother wieder geklappt hat hier. Okay, also O-Backe dann. Puh, dann haben wir es ja. Habt ihr Shapeshift gesehen? Ja, das war auch mal dieser Buckligo. Also war sie von aufrecht zur Buckligo kurz gewechselt? Okay, also ihr seid ja da mit jeweils vier Augen, also acht Augen haben das offiziell gesehen, okay. Das ist aber schon ganz schön diskriminiert. Wieso? Ja, ihr habt doppelt so viele Augen wie jemand anderes. Das heißt, ihr müsstet ja viel mehr sehen. Also müsstet ihr ja eigentlich viermal so viel Recht haben. Das ist ein Spekuliereisen, was ich habe. So, wieso denn kann das? Ich dachte, das nennt man Nasenwahrrad. Bei mir ist das ein Spekuliereisen, ich spekuliere. Ich habe Färtenas. Ja, genau. Solange du keinen Aschenbecher hast, geht es ja noch wie die Frau Ufringer damals. Genau. Okay, also Obacke und es könnte immer noch ein Mimic sein, aber hoffen wir mal, dass das wirklich eine Obacke ist. Abfahrt. Obacke. Obacke ein Obacke. Oh mein Gott, also wie ihr seht, das war jetzt nur ein Durchlauf und der hat jetzt so lange gedauert. Ich hoffe, es war nicht so lang, aber bei dieser Challenge muss man sich eben reinhängen. Oh, ihr habt das gut erkannt, das waren ihre Augen. Yes, sir. Ja, siehst du, so ergänzen wir uns doch gut. Ich bin die Ohren und ihr seid die Augen, das passt doch perfekt. Ich mache immer das, was man hören muss und ihr kümmert euch um das, was man sehen muss. Das passt doch perfekt, super ergänzend. Ich dachte, ich bin immer für die Fotos eigentlich zuständig. Ja, das hat ja auch mit Sehnen zu tun, passt ja. Oh mein Gott, jetzt haben sie ihre Belohnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.